Ende 1902 erhält die 13 Jahre alte Grace Robertson MacDonald, die in Brisbane in Australien ein Internat besucht, eine Nachricht ihres Vaters, dem 44 Jahre alten Angus Randall MacDonald. Grace Mutter Sarah ist 10 Jahre zuvor im Alter von nur 30 Jahren bei der Geburt ihres zweiten Kindes verstorben. Dies ist der Grund, dass Grace zunächst bei ihrer Tante in Brisbane aufgewachsen ist und nun seit etwa einem Jahr auf den Wunsch ihres Vaters ein Internat besucht. In der Nachricht schreibt ihr ihr Vater nun, dass er eine neue Frau, Florence, heiraten wird und dass Grace dann wieder bei ihnen auf ihrer Farm in Yowada 14 Meilen außerhalb der kleinen Stadt Longreach einziehen könne. Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Angus MacDonalds neue Frau, die 32-jährige Florence, die vor ihrer Eheschließung mit ihm als Krankenschwester tätig war und bereits zwei kleine Kinder aus einer früheren Ehe hat, reist bereits wenige Monate später, im März 1903 nach Brisbane und holt Grace dort persönlich ab. Grace Tante ist nicht begeistert, da sie Grace gerne weiter bei sich behalten hätte. Sie war im Jahr zuvor bereits unzufrieden damit, dass Angus sie auf das Internat geschickt hatte und dass Grace Brisbane nun komplett verlassen muss, gefällt ihr gar nicht. Dennoch hat sie zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung davon, dass sie Grace nie wiedersehen wird. Mehrere Personen von benachbarten Farmen um Longreach herum lernen Grace in den nächsten Wochen kennen. Sie wird als freundlich und fröhlich beschrieben und zunächst scheint alles normal zu sein. Doch dann bekommt Grace plötzlich kaum noch jemand zu Gesicht. Da die Farm der McDonalds außerhalb liegt und es bis zur nächsten Farm fast drei Meilen sind, bemerkt allerdings niemand etwas Genaues davon, was auf der Farm vor sich geht. Wie es sich allerdings später herausstellen wird, haben trotzdem einige Personen zwischendurch immer wieder zweifelhafte Beobachtungen gemacht. Gesagt hat allerdings niemand etwas. Am 31. Oktober 1903, sieben Monate nach Grays Einzug auf der Farm, erscheint Angus MacDonald zunächst bei seinem Arzt Dr. Ewan in Longreach und erklärt ihm, dass seine inzwischen 14-jährige Tochter Grace in der Nacht erkrankt und verstorben sei. An was genau sie gestorben ist, kann er dem Arzt nicht sagen, lediglich, dass sie Ausschläge am ganzen Körper hätte. Der Arzt schickt ihn zur Polizei, um den Todesfall zu melden und sagt ihm, er solle den Leichnam zu einer Untersuchung bei ihm vorbeibringen. Angus geht zur Polizei und erklärt dem Sergeant Broderick ebenfalls, dass seine Tochter tot ist. Als Sergeant Broderick vor Ort eintrifft, findet er Grays Leichnam vor. Sie liegt auf ihrem Bett, das extrem sauber und frisch bezogen wirkt. Grace hat Narben am ganzen Körper sowie viele frische Verletzungen und Entzündungen auf der Haut. Ihr Vater Angus erklärt ihm, dass Grace eine Erbkrankheit hätte, die er vermutlich von ihrem Großvater, also dem Vater ihrer 1892 verstorbenen Mutter Sarah, vererbt worden sei. Durch diese Krankheit hätte sie ständig Geschwüre am ganzen Körper gehabt. So erklärt er Grays Verletzungen und Wunden. Bereits wenig später wird Grace auf dem Anwesen der Farm beerdigt, ohne dass die McDonalds der Aufforderung des Arztes, Grays Leichnam zu einer Untersuchung vorbeizubringen, nachgekommen sind. Doch da Sergeant Broderick den Leichnam von Grace gesehen hat, ordnet er eine Exhumierung an, damit doch noch eine Autopsie stattfinden kann. Dr. Yoon stellt fest, dass Grace völlig abgemagert ist und zahlreiche schwerwiegende Verletzungen hat. Ihr linkes Knie ist so schwer entzündet, dass die Kniescheibe sichtbar ist und dass sich bereits eine Nekrose gebildet hat. Zwei von Grays Rippen sind gebrochen. Ihr rechtes Handgelenk ist ausgekugelt und auch an dieser Stelle ist durch eine schwere Verletzung der Knochen sichtbar. In ihren entsetzlichen Ausschlägen, die sie am ganzen Körper hat, befinden sich Schmutz und kleine Steine. Woher genau diese schweren Ausschläge kommen, kann auch der Arzt nicht sagen. Er findet zahlreiche bereits verheilte Narben, ebenfalls von den Ausschlägen, was bedeutet, dass Grace diese nicht nur in der Woche vor ihrem Tod, sondern bereits über einen längeren Zeitraum hinweg hatte. Dass es sich jedoch bei diesen Ausschlägen, wie von ihrem Vater Angus behauptet, um eine Erbkrankheit handelt, kann Dr. Yoon ausschließen. Er vermutet, dass die Ausschläge durch Nahrungsmittelentzug zustande gekommen sind. Abgesehen von etwas Milch findet er keine Spuren von Nahrungsmitteln in Grays Magen. Angus MacDonald und seine Frau Florence werden daraufhin beide wegen Mordes angeklagt. Sie beteuern ihre Unschuld. Beide behaupten, dass sie nichts getan hätten, was zu Grays Tod geführt haben könnte. Angus mutmaßt, dass Grays Verletzungen und ihre gebrochenen Rippen davon kommen könnten, dass sie von einer Ziege auf der Farm getreten worden sei. Die Öffentlichkeit sieht dies allerdings anders. Der Fall erregt große Aufmerksamkeit und als Angus und Florence mit dem Zug nach Rockhampton ins Gefängnis gebracht werden, versammelt sich eine Menschenmenge und ruft ihnen wütende Beschimpfungen zu. Vor den Ermittlern behaupten Florence und Angus nun, dass Grays nur Probleme gemacht hätte. Sie hätte immer wieder gestohlen, ständig gelogen und sie hätte nie die ihr aufgetragenen Arbeiten verrichtet. Sie sei fürchterlich faul gewesen. Grays Tante aus Brisbane ist völlig entsetzt von ihrem Tod und auch von den Anschuldigungen von Angus und Florence ihr gegenüber. Sie streitet ab, dass Grays eine Lügnerin oder eine Diebin gewesen sei und kann überhaupt nicht glauben, was vor sich geht. Vor Gericht sagen zahlreiche Zeugen aus, die Grays während ihres Aufenthaltes in Yorada kennengelernt haben. Samuel Irwin zum Beispiel hatte zum Zeitpunkt, als Grays dort eingetroffen ist, für zehn Tage auf der Farm der McDonalds gearbeitet und dort Feuerholz gestapelt. Er beschreibt Grays als ein fröhliches Mädchen mit einem völlig normalen Erscheinungsbild. Sie ist also ganz offensichtlich in Brisbane bei ihrer Tante in guten Verhältnissen aufgewachsen und hat sich erst nach ihrer Ankunft bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter so drastisch verändert. Bereits in der ersten Woche nach ihrer Ankunft beobachtet Samuel, dass Grays viele Pflichten im Haus hat. Zum Beispiel kümmert sie sich um die beiden kleinen Kinder ihrer Stiefmutter Florence und muss sie baden und so weiter. Darüber hinaus schrubbt sie die Böden im ganzen Haus. Samuel Irwin kann die Aussagen von Florence und Angus, dass Grays faul gewesen sei, nicht bestätigen. Im Gegenteil. Offenbar hatten Angus und Florence tatsächlich nichts anderes vor, als Grays als kostenlose Arbeitskraft auszunutzen. Tatsächlich hatte Angus einem Bekannten, der nach einer Anstellung für eine junge Frau gefragt hatte, gesagt, dass er niemanden suchen würde, da seine Tochter bald eintreffen würde, um sich um die Hausarbeit zu kümmern. Samuel sagt weiter aus, dass Grays sich innerhalb der zehn Tage, während der auch er sich auf der Farm aufgehalten hatte, verändert hat. Er sagt, sie hatte ganz offensichtlich Angst vor ihrem Vater und ihrer Stiefmutter und sie sei immer bemüht gewesen, schnell zu antworten, wenn sie gerufen wurde, damit sie keinen Ärger bekommt. Darüber hinaus hat er beobachtet, dass Florence immer zuerst ihren eigenen beiden Kindern Essen gegeben hat und dass sie anschließend mit ihrem Mann Angus gegessen hätte, während Grays sich um ihre Kinder kümmern musste. Wann bzw. ob Grays etwas zu essen bekommen hat, hat Samuel nie gesehen. Der Farmer Frederick Milburn zum Beispiel sagt aus, dass er etwa eine Woche vor Grays Tod seine Schafe an der Farm der McDonalds vorbeigetrieben hat, als er Florence gehört hat, wie sie Grays dazu angehalten hat, ihre Arbeit zu verrichten. Sie hat ihr Gewalt angedroht, wenn sie nicht schnell genug ist. Frederick Milburn kennt Grays zu dieser Zeit noch nicht. Er sieht sie zum ersten Mal, als er die Veranda betritt, um Florence darüber zu informieren, dass er mit seinen Schafen ihr Gelände überqueren möchte. Florence sitzt gemütlich auf der Veranda, während Grays Besteck poliert. Ihm fällt auf, dass Grays dies mit ihrer linken Hand erledigt. Ihre rechte Hand hat sie auf dem Tisch liegen, ohne sie zu benutzen. Er sieht das rohe Fleisch an ihrem Handgelenk. Außerdem beschreibt er, dass sie ein merkwürdiges Kleid angehabt hätte. Erst auf den zweiten Blick sei ihm klar geworden, dass dieses aus einem Sack angefertigt wurde. Es sei völlig durchlöchert gewesen. Ihm fällt auf, dass Grays völlig schmutzig ist und er beschreibt, dass ihre Augen eingefallen gewirkt hätten. Als Florence ihn sieht und ihr klar wird, dass er gehört hat, wie sie das Mädchen beschimpft hat, entfernt sie sich schnell von ihr und beachtet sie nicht weiter. Als Frederik sich wieder auf den Weg machen möchte, erscheint Angus und führt ihn durchs Haus zum Vorderausgang, da er es offenbar vermeiden möchte, dass er über die Veranda zurückgeht und nochmal direkt an Grays vorbei muss. Nun, vor Gericht sagt Frederik, dass er keine Ahnung davon hatte, dass es sich um Angus' eigene Tochter gehandelt hat. Er hätte sich zu diesem Zeitpunkt, obwohl er die schweren Verletzungen an ihrem Handgelenk gesehen hat, keinerlei Gedanken um das Mädchen gemacht. Er hätte gedacht, es handelt sich um eine Bedienstete, als würde dies seine Ignoranz rechtfertigen. Obwohl er sich wundert, dass sie mit einem Sack bekleidet ist, macht er sich darüber auch keine Gedanken und sagt nun, dass dies ja auch nicht so ungewöhnlich sei, denn Leute, die im Busch arbeiten würden, seien öfter so gekleidet. Abgesehen davon, dass es niemand anderem bekannt zu sein scheint, dass Menschen im Busch mit Säcken bekleidet arbeiten, hatte Grace ja auch gar nicht im Busch, sondern im Haushalt gearbeitet. Viele weitere Zeugen sagen aus, die bestätigen, dass Grace bei ihrer Ankunft auf der Farm bei bester Gesundheit war und dass sie einige Zeit später verschiedene Verletzungen gehabt hätte, die offenbar in keinem Fall medizinisch versorgt worden seien. Charles Irwin aus Longreach, der öfter auf der Farm der McDonalds ist, zum Beispiel um zu helfen, die Ziegen zu melken, macht die Aussage, dass er am 1. November 1903 von Florence gebeten worden sei, einen Grab auf ihrem Grundstück auszuheben. Darin sei Grace vergraben worden, und zwar direkt nachdem Sergeant Broderick vor Ort war und ihren Tod zu Protokoll genommen hatte. Außer Angus, Florence und ihm selbst ist bei dem Begräbnis niemand vor Ort. Während Bekannte der McDonalds aussagen, dass Grace immer ordentlich gekleidet gewesen sei, wenn sie Angus und Florence auf ihrer Farm besucht haben, bestätigt Charles Irwin, dass er von einer Box im Badezimmer wusste, in der sich einige Mädchenkleider befunden haben. Dies sei Grace Kleidung gewesen. Darüber hinaus gab es noch eine Schachtel mit zwei Hüten. Offenbar durfte Grace diese Dinge lediglich dann anziehen, wenn ihr Vater und ihre Stiefmutter Besuch erwartet haben. Ansonsten hatte sie den Sack an, in dem sie von Fred Milburn und weiteren Personen gesehen wurde, die ohne Ankündigung auf der Farm vorbeigekommen sind. Obwohl also die Bekannten der McDonalds Grace in ordentlicher Kleidung kennengelernt haben, wissen sie, dass es Probleme gab und beschreiben, dass Angus auch ihnen gegenüber oft darüber geklagt hätte, dass Grace unehrlich sei und stehlen würde. Sie berichten, dass er erzählt hätte, dass er und Florence sie auf ein Besserungsinstitut schicken wollten und dass es Verzögerungen bei der Vorbereitung gäbe, ansonsten würde sie bereits weg sein. Einmal soll Angus sogar gesagt haben, dass seine Tochter auch ruhig von Klapperschlangen geholt werden könnte. Vor Gericht behauptet der Anwalt der McDonalds, dass es keinerlei Beweise für eine Beteiligung von Florence an Grays Tod geben würde und im Fall von Angus sollte die Anklage auch nicht Mord, sondern Totschlag sein, da er keinesfalls die Absicht gehabt hätte, seine Tochter umzubringen. Er hätte nicht gewusst, dass Grays Verletzungen zu ihrem Tod führen könnten. Da bei zwei von Grays Verletzungen am Knie und am Handgelenk bereits die Knochen sichtbar waren, ist diese Aussage unglaubwürdig und seine Frau Florence sollte in diesem Fall auf jeden Fall gewusst haben, dass Grays medizinische Versorgung braucht, denn sie ist ja selbst vor ihrer Hochzeit mit Angus jahrelang als Krankenschwester tätig gewesen. Die beiden anderen Kinder von Florence, die ja ebenfalls bei der Familie auf der Farm leben, wirken gesund und sind gut gekleidet. Bei ihnen ist nichts davon zu sehen, das darauf hindeuten könnte, dass Angus und Grays nichts von der Betreuung von Kindern verstehen würden. Es deutet alles darauf hin, dass Grays von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter gezielt ausgenutzt wurde und allen möglichen Grausamkeiten ausgesetzt wurde. Ein mögliches Motiv, sie umzubringen, könnte sogar sein, dass Grays verstorbene Mutter sie in ihrem Testament als Erbin für umfangreiche Ländereien in Pyramithill in Victoria eingesetzt hatte. Vor dem Tod der Mutter Sarah hatte die Familie in Stonington City in Victoria gewohnt, wo Grays auch geboren ist. Obwohl Angus und Florence relativ wohlhabend waren, könnte es also sein, dass Angus ein Interesse an diesen Ländereien hatte. Zumindestens kann man in keinem Fall davon ausgehen, dass Angus und seine Frau es nicht realisiert hätten, wie schwerwiegend die Verletzungen von Grays waren. Dass sie keine medizinische Hilfe dafür in Anspruch genommen hätten, sei ein sicheres Zeichen von Vernachlässigung. Abgesehen davon muss man davon ausgehen, dass Grays Gewalt zugefügt wurde, denn wie soll sie sonst die Verletzungen, zum Beispiel die gebrochenen Rippen und das ausgekugelte Handgelenk davon getragen haben? Der Richter selbst merkt an, wie grausam es gewesen sei, dass Grays unter Schmerzen und ganz alleine in dem einsamen Farmhaus verstorben ist. Auch die Jury ist sich nach einer Beratung von nur 45 Minuten einig, dass Grays Tod von Angus und Florence bewusst herbeigeführt wurde. Insofern geht sie von Mord und nicht von Totschlag aus. Angus und Florence erhalten bei ihrem Prozess, der bereits im März 1904 abgeschlossen wird, die Todesstrafe. Als das Urteil verkündet wird, verzieht keiner von beiden eine Miene. Ihre Urteile werden jedoch in beiden ihrer Fälle bereits Anfang Mai des gleichen Jahres in lebenslängliche Haft umgewandelt. Während Angus seine Strafe im St. Helena's Gefängnis bei Brisbane absitzt und dort schließlich verstirbt, verbringt Florence ihre Strafe im Gefängnis in der Boggo Road, wo sie wegen hervorragender Führung im Jahr 1916 entlassen wird. Was glaubt ihr? Hatten die McDonalds die ganze Zeit lang vor, Grace umzubringen? Oder haben sie wirklich nicht mit ihrem Tod gerechnet? Lasst mir gerne einen Kommentar unten. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat, dann kann es von mehr Leuten gesehen werden. Und aktiviert die Glocke, dann könnte es sein, dass euch meine neuen Videos vorgeschlagen werden. Falls ihr noch einen Extra-Kriminalfall im Monat sehen wollt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Ihr könnt natürlich auch auf meinem Kanal schauen. Dort findet ihr noch jede Menge neue und alte Kriminalfälle. Vielen Dank fürs Schauen. Bis gleich. Das war's für heute.